Halli, hallo, hallo, liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuesten Hunde von Monstrum. Heute werden wir, wie immer, fliehen. Und diesmal mit richtig schönem Erfolg. Oh, warte, hatten wir letzte Folge schon. Dann wird es wahrscheinlich wieder ein paar Folgen ohne Erfolg geben. Oh Gott. Folgen ohne Erfolg? Tja, das kann ja heimter werden. Wir sind in der unteren Bereiche, wie es aussieht. Ehrlich gesagt fange ich da ganz gerne an. Weil man dann vielleicht hier Klebeband findet und sich nicht mit nervigen Kameras herumarbeiten muss. Das war ein bisschen nervig, ja. Schau, Kameras, die haben hier das Kaputte. Hätte ich überhaupt gewundert, wenn hier ein geiles Item wäre. Für, je nachdem, welchen Gegner wir haben. Denn mit dem U-Boot müssen wir jetzt auch nicht mehr mit allem fliehen. Das haben wir jetzt schon zweimal geschafft. Mit dem U-Boot zu fliehen. Puh, was eine krasse Leistung ist. Denn das U-Boot ist wirklich nicht leicht. Da hätten wir aber wieder U-Boot teil. Das heißt, am besten wäre, wenn wir das U-Boot hätten, wenn wir den Raucher, unseren Spiebelraucher da, als Monster hätten. Denn mit dem sind wir noch nicht mit dem U-Boot geflohen. Okay. War das ein lauter Ton? Hat er mich gehört? Ich weiß es nicht. Klang auf jeden Fall laut. Könnte also sein, dass es Trampler ist. Mit dem sind wir geflohen bisher. Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall mit dem U-Boot. Ich glaube sogar nur mit dem U-Boot. Das heißt, da müssten wir alles andere nehmen. Und fliehen. Das ist erlaublich nicht gesehen. Kann er nicht gesehen haben. Es ist, wie ich es gesagt habe. Trampler! Dann trampelt er mal auf unseren Nerven herum. Das bedeutet, kein U-Boot. Kein U-Boot mehr. Das U-Boot können wir vergessen. So. U-Boot vergessen. Ja, hopp. Stampf dich weg. Oh, ich warte mal aufpassen, wie lange wir hier aufnehmen. Na? Ich hoffe, er ist jetzt nicht wieder da. Hier waren wir noch nicht. Aber das ist ein Trampelvieh schon mal. Wow. Wo trampelt der wohl lang? Wir wollten hier gerade alle Schubladen öffnen. Da, wir haben die Eier, warum wir nicht? Dummes Radio. Okay, hier ist nichts. Nicht dein Ernst. Hä? Oben wahrscheinlich. Nicht. Nicht. Da ist die Kette. Wow. Aber echt Schiss ja. Das ist so laut, das Viech. Das ist oben, oder? Könnte sein, dass er jetzt runter geht. Dass es immer so ist, wenn wir das Geräusch hören, dass er die Treppen gerade benutzt. Das würde mich nicht wundern. Okay. Schubladen unten anfangen. Das ist auch ein Erkennungsmerkmal für uns. Wo wir waren. Und wo noch nicht. Okay. Hier ist nichts mehr. Hier sind schon die Treppen. Wo ist er? Wow. Da war er. Okay. Wir werden irgendwo abhauen. Nicht hier. So. Das hat er gesehen. Gerade die Tür zugegangen, als er reingekommen ist. Würde mich wundern, wenn er jetzt nicht diese Tür hier öffnet. Aber vielleicht hat er Glück. Und er hat es nicht so direkt gesehen. Ja. Nein. Okay. Ich glaube, er hat es falsch geöffnet. Okay. Hau ab. Alter. Ich würde sagen, das war haarscharf. Okay. Richtig haarscharf. Ein Rucksack. Haben wir die Schublade außen geöffnet? Ich glaube ja. Klebeband. Brauchen wir nur noch die Pumpe. Ich würde sagen, wir nehmen das Klebeband und rennen hier raus zu dem anderen Bereich. Denn meistens ist es dort. Das nächste Item. Ja. Also, los, weg hier. Bitte nicht. Da ist er. Okay. Weg hier. Er soll da alleine bleiben. Bastard. Verdammt, war das wieder knapp. Der war so in der Nähe. Das war unglaublich. Wir würden da die Eierhund schmeißen sollen, damit er da einfach durchwandert. Für immer. Okay. Möchte er einfach nur zur Treppe. Eins da oben. Dann schauen wir draußen erstmal. Noch eins da oben, wie es aussieht. Ob dort draußen vielleicht schon das eine Item ist, was wir brauchen. Denn oft ist hier eine Lump- äh, Pumpe. Eine Lump. Ein Gelumpe vielleicht. Oft genug. Nur heute nicht, wo wir es brauchten. Okay. Dann nicht. Wir werden die Pumpe schon finden. Okay, er ist wieder hier. irgendwo in der Nähe. Ja, er ist direkt hier, glaube ich. Oh man, das ist richtig spannend diesmal. Wenn er uns auf den Sack geht. Aha. Schade, dass es keine Pumpe ist. los. Hoho. Okay, die Tür geöffnet dort. Aber wo gedacht hast, seien wir. Aber ne. Okay. da läuft der. Aber wenn wir es gar nicht sehen. Clippingfehler. Haben wir hier was übersehen? Verdammt. Hier war immer sicher. Aber die meiste Zeit. verschwinde, Mister. Wir gehen mal nach oben. und hoffen, dass er da unten geht. Okay. nicht Brücke. Wir gehen nach eins runter. Das ist mir gerade zuhörig hier. Der war tatsächlich mal über uns. Oh Gott. Was will er denn von mir jetzt? Okay. Okay, darf es nicht sehen? Dann wird er die Tür zerstören. So. Zumindest haben wir das dann geschafft. Dass er die Tür zerstören wird. Boah, ist das anstrengend. Ja, los. Mach mal. Hoho. Haha, los. Klingel. Eieruhr. Da. Okay. Wir sind hier sicher. Das ist Restor Power, ja, Lifehift und sowas. Okay, weg ist sie. Der zerstört sie, hä? Ja, sag mal, erregt und zucht überall. Aber er wird uns nicht finden. Wenn etwas Glück ist, doch die Luftpumpe. Das war super. Ich glaube, der ist hochgelaufen. Nur einen Rucksack, hatten wir doch schon. Okay, hier ist nichts. Wow. Waren wir sicher, dass er da war. Ja, so ein bisschen. Hi. Als ob er uns nicht gesehen hätte. Come on. Ja, ja. Nein, du willst es nicht. Du willst es nicht. Doch. Wow, er hat uns zertrampelt. Aber so, zertrampelt. Klar, Mann. Warum nicht? Das war es schon wieder für Monstrum. Ja, wir haben uns ein bisschen dumm angestellt. Er war wirklich dort. Wir hätten ein bisschen aufpassen sollen. Wenn euch die Folge gefallen hat, in Deutschland würde ich mich freuen. Und, ähm, ihr wisst schon, äh, ihr dürft das wieder gerne teilen. Und mich abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, am Montag dann.